Gute Laune, gute Essen, angenehme Leute. Was noch brauchen wir? Jeden Tag, wenn es geht, in Prata ungefähr sechs Kilometer. Ja, ich liebe Sauna, ich nutze Sauna ungefähr viermal wochendlich. Ich muss auch noch einen Sport erinnern und das ist Radfahren. Ich fahre von meinem Haus nach Lusthaus, das ist ungefähr vier Kilometer, dann lasse ich meinen Fahrrad und dort laufe ich ungefähr sechs Kilometer und dann fahre ich mit dem Rad zurück nach Hause. Also plus minus sechs Kilometer Lauf und acht Kilometer Fahrrad.